Zurück nach meiner Schnauze, XXL heute im gewissen Dokument, Miriam Böhl, Körnig Himbegut, Hinsbinder und Bürger Lars Dietrich. Caroline, du warst ein böses Mädchen, wir bei RTL fackeln nicht lange. Wir schicken dich gleich ins Teenager-Außer-Kontrolle-Camp. Scheiße. Das ist noch nicht alles. Lars ist der Campleiter oder wie wir sagen, der Outdoor-Therapeut. Achso, okay. Und der kommt natürlich in die Mitte und es ist dein erster Tag, Caroline. Der erste Tag, hier wird das Handy und deine Waffen abgenommen. Ist kein schöner Tag für einen Teenager. Und das ist so ungefähr die Szene, die ihr jetzt spielt, aber das wäre natürlich zu einfach. Deswegen spielt die ganze Szene von A bis Z. Alter Scheiße. Bist du hier zu uns gekommen, um dich zu regenerieren von deiner krimineller Vergangenheit? Äh, kriminell. Du bist willig und bereit dafür, dieses Camp durchzustellen? Äh, eigentlich nicht. Fangen wir an. Ja gut, wenn du meinst. Halte dich hier auf. Ich gehe hier hinten hin. Und jetzt mach alles, was ich dir sage, ja? Idiot, ey. Ja, ja, hast du was gesagt? Keine Ahnung, ey. Liebes... Liebes Roland, du machst jetzt gleich mal Liegestütze. Mann, hier oder was? Natürlich. Ähm. Wai. Pass auf. One. Two. Ich mach Mädchen. Watscheiken hier. Steinkreis. Arsch. Richtig. Jetzt laufen wir im Kreis. Komm, lauf mal im Kreis. Wie soll die Scheiße eigentlich? Pss, 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 pss. Ist doch X jetzt, ne? ST. Tee. Das war nicht falsch, Tee. Mann, ey. Tee. Tee. Ey, der macht, der macht anstatt X, mach so tss, 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 tss. Achso, der mich ja. Und was willst du jetzt von mir? Soll ich so eine Rüge laufen oder was? Äh, von Wegen. Ähm. Ähm. Du, wir hüpfen jetzt auf einen Bein. Worum? Das, das ist Teil der, äh. Äh, man warnt ja auf der Schule oder was? Warte. 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 Extra Wurst, okay. Machen wir gerne hier. Stell dich in den Steinkreis. Yeah. Und da bleibst du jetzt so lange drin, bis ich dich rufe. Yeah. Yeah, Steinkreis. Zack, das reicht. Die starb ist so schwierig!